Ich mag die deutsche Sprache. Eine Schwachstelle der deutschen Sprache ist so ein bisschen Beleidigung, ausschimpfen, jemanden zur Sau machen. Das geht auf Deutsch nicht so gut. Ihr labert ja selber alle deutsch, ihr wisst, was ich meine. Wir haben nur so ein Wortkonstruktion, okay? Wenn auf jedem Mann sauer bist, dann sagst du, Arschloch, Penner. Merkt ihr, was ich meine? Ihr seid richtig, ihr seid aber sauer, aber da kommt der Drecksack. Penner hatten wir schon, ja, ich weiß. Ein Wort, Schluss. Ein Wort, Schluss. Ein Wort, Schluss. Ein Wort, Schluss. Und du bist noch richtig sauer, du kannst richtig loslegen, immer die ganze Zeit, ich möchte die ganze Zeit labern. Da empfehle ich die arabische Sprache. Beste Sprache zum jemanden ausschimpfen, zum beleidigen. Die beste, wo gebt. Arabisch, ja. Danke, ein Araber. Musst du auch deinen Koffer abgeben vorne? Nicht mit dem Koffer, Junge. Die Araber haben jetzt nicht unbedingt viel mehr Wörter als die Deutschen. Ich sage ja, die Deutschen haben eigentlich die meisten Wörter meiner Meinung nach. Und ein großer Unterschied bei den Arabern ist, dass sie nicht jetzt Arschloch, Penner, Drecksack sagen, sondern meistens Tiernamen benutzen. Esel, Kuh, Schwein, Hund. Hund ist auch gut. Die sagen nicht Hund, du Schwein, du Esel. Die sagen, ein ganz einfacher Trick, du Sohn eines Esels. Die beziehen gleich die ganze Familie mit ein. Hier, das ist der Trick. Der ganze Trick bei den Arabern ist, zu sagen, du Sohn eines Esels. Aber da hört es nicht auf, sondern erklärt dir auch, wer dein Vater war. Und dein Vater, Vater von dem Vater, der Großvater. Und da geht es die ganze Zeit so weiter. Und dann sind keine Beleidigung mehr. Das sind ganze Familien-Stammbäume. Das dauert eine halbe Stunde, bis er dich aufgeklärt hat. Wirklich, einen Araber hat mich mal zur Sorge gemacht. Also auf Deutsch, du Sohn eines Esels. Das hat gebumscht eine andere Esel. Wurde gebumscht von ein Schwein. Und ein Schaf hat euch gebumscht. Und die ganze Familie von Kamele gebumscht. Und die Hunde haben gebumscht. Und die Scheibe der ganze Zoo kam. Ich stand vor dem Typen. Stopp, ich komme nicht hinterher. Ich bin welches Schaf? Ich wurde von wem gebumscht? Nochmal. Der hat mich original damals 20 Minuten zur Sau gemacht. Das ist gar nicht mehr. Ich muss nach Hause. Ich bin noch nicht fertig.